Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Rupert mit mir, Herr Wegmann. Beim letzten Mal wollten wir eine Herausforderung, die haben sie bekommen und ich hab's vergeigt mit Samson. Dieses Mal, jetzt muss ich mal ganz kurz, ah, jetzt geht's, gut. Dieses Mal möchte ich endlich nochmal gewinnen und das machen wir natürlich ganz zufällig. Ähm, und unser heutiger Spaßpartner ist Lazarus, wuuuhuuhu. Sagt Alale zu Lazarus. Hey, hey Lazarus, hey, hey, yeah. Hey, Arschloch. Tears up. Pam, 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 spielst du schon? Oh, oh. Ja, ähm, bin natürlich hochmotiviert, jetzt endlich mich von dem Fessel zu befreien und einfach nochmal zu gewinnen. Also, die letzten zwei Male, es ging tatsächlich, ähm, ich hab halt, im Endeffekt musste ich klein beigeben. Ähm, musste nicht, ich hab klein beigeben, ähm, bin da nicht stolz drauf. Doch, das ist jetzt in der Sache, wir wollen ja eines der tatsächlich persönlich jetzt, äh, nervenaufreibendsten Spiele, ähm, durchspielen, ja, das ist mein Ziel, Ziel ist run 35, glaube ich, und mal die weggenommen, die wirklich nur 5 Minuten gedauert haben. Ähm, das war einer, glaube ich, der recht kurz war. Wo ich mir dann gedacht hab, ups, da, mach mir nochmal, glaube ich zumindest. Der Raum ist zu groß für die Teile. Ja, weil ich muss dann, äh, in die Scheiße rein. Gott! Hammert jetzt! Hilfe! Ja, äh, Lazarus hat uns ja, glaube ich, noch nicht wirklich in Stich gelassen. Ich meine, vielleicht im ersten Run oder so. Ähm, aber kleiner Funfact zu Lazarus. Ähm, das ist jetzt nur eine Sache. Lazarus, der bekommt ja, nachdem er stirbt, ein halbes Herz wieder und darf nochmal mitspielen. Mit den anderen Kindern. Äh, worauf das, okay, genau zurückzuführen ist, kann ich nicht sagen. Aber, es, äh, gibt ein Batman. Den sogenannten Lazarus, ich mein Brunnen war's. Oder Grube. Und die verjüngt. Du lebst ewig. Ähm, was glaube ich, glaube ich auch der Grund ist, warum Batman immer Batman ist. Ähm, aber ja. Auf jeden Fall, im Prinzip, kurz bevor Lazarus stirbt, schnell in seine Grube gesprungen. Und nochmal mitspielen. Zehn Bomben. Meiner Meinung nach kein guter Anfang. Ähm, man braucht mehr Schlüssel und... Mehr Schlüssel als Münzen und Bomben. Und, äh, jetzt brauch ich zum Beispiel... Münzen, um diese Scheiß wieder auszubaden. Habe ich die Münzen? Natürlich nicht. Range Down. Danke vielmals. Okay. Ich sag nix mehr. Pin. Pin, du Penner. Wieso gehst du da raus? Oh, Bombe. Oh, Pin. 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 Das macht ihr wieder. Das ist so ein Scheiß. Dann setze ich die Bombe. Ah, da hat es endlich mal Schaden gemacht. Das war nix. Ah, ich lasse es einfach sein mit den Bomben. War auch wieder eine ganz schöne Verschwendung. Pin ist kacke. Der wurde... Der wurde klug. Das, äh... Tut mir nicht gut. Der ist nicht mehr so blind in allem. Wow. Also bis jetzt mit den Items ist er noch nicht zufrieden. Aber das ist ja Lazarus seine Stärke. Der kommt aus dem Nix. Letztes Mal, als wir mit dem gewonnen haben. I didn't see that one coming. Oh. Komm. Und du auch noch? Ja, brav. Ich brauche einen Schlüssel. Geht schon wieder los. Ich brauche unbedingt einen Schlüssel. Oh, unbedingt. Und da ist einer. Danke. Spiel halt wenigstens mal näher. So, für die, die das nachspielen wollen. Letztes Mal habe ich ja mit dem Seed selber rumgetrickst. Hier ist der Seed. 2 BFA, DZ, 4 F. Könnt halt pausieren, um das herauszufinden. Ich bin ja nicht euer Diktator. Zweideutigkeit. Yes. Bullshit. So, Räume. Obwohl, ich glaube, die Gegner sind nicht ganz so anstrengend. Anstrengend genug, aber nicht so klug wie der neue PIN. Oder diese kleinen Scheißer, die aus dem Boden kommen. Oder diese schwarzen Scheißer, die plötzlich einfach verschwinden. Und du hast keine Ahnung, wo die auftauchen. Ja, es gibt viele normale Gegner, die mir auf den Sack gehen. Und auch viele alte, die mir seit neuestem auf den Sack gehen. Danke dafür. Aber das kann das Spiel ja gut. Ist in der Sache. Irgendwo. Mir auf die Nerven gehen. Also, allen. Das war's wert. Diese, für vorige Spieler, 10, 50, glaube ich. Und für neue Spieler, äh, 14, 13, noch was. Irgendwie sowas. Kann das sein? Hoppa. So. Ja, komm. Aha. Eingesammelt. Und weg. Goldbar. Äh, Golden Touch. Ach ja. Oh, cool. Die haben einen Goldfinger-Suit an. So sieht er zumindest aus. Ähm. Ich berühre Gegner. Die Gegner werden zu Gold. So habe ich das, glaube ich, verstanden gehabt. Midas eben. Alles, was er anfasst, wird zu Gold. Er konnte niemals Liebe finden. Bla, bla, bla. Mehr Fluch als Segen. Und so weiter. Das, äh, kürzeste Date des Lebens. Medusa und Midas treffen sich. Midas gibt ihr die Hand. Guckt ihr dabei in die Augen. Er zu Stein, sie zu Gold. Und, äh... Ja. Ja. True Story, bruh. Larry Junior. In blau. Oh. Ja. Stimmt, er wird dir zu Gold. Hätte ich früher mal machen können. Ich glaube, wir gehen in den Shop. Today, we dine in Hell. Hm. Hölle. Exquisit schmeckt es dort. Leonidas hatte recht. Cool. Breakfast und hier das Ding. Und, äh... Hier nix zum Commitmenten. Wuppa. Ah, da weiche ich mir nochmal gerade aus. Hey, wer bist du denn da unten? Wer ist eine süße Spinne? Also, ich nicht. Gut. Shop, der lohnt sich nämlich jetzt plötzlich. Ähm. Da kann man immer was machen. Denk ich. Ja. Come on. Mom's Coin Purse. Probieren wir es einfach mal aus. Range up. Ähm. Okay. Puberty. Puberty. Naja, das kann nicht immer gut laufen, ha? Das mit den 48 hours of energy ist auch nicht so praktisch für uns, da wir ja kein Space breitem haben haben. Also eher bis auf das Range up, was ja da unsere andere Range nicht nur negiert hat, unser Range down, sondern auch noch eins draufgepackt hat. Also, alles wieder im Kosmos, Bruder. Einfach weiter. Ähm. Ja. Hi, Freunde. Ich bin der Eddy. Ich wohne hier. Ansonst so. Ähm. Ist vielleicht nicht das Klügste, das zu machen. Aber. Okay. Jetzt hänge ich natürlich damit rum, dass es, äh, wenn ich aber mal Geld brauche, dann habe ich's. Ich bräuchte aber jetzt plötzlich Schlüssel. Zwar ganz dringend. Äh. Oh. 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 Äh. Das ist kein Schlüssel, sondern eine Range down Pillar. Top. Das ist eine Bombe. Dafür bräuchte ich einen Schlüssel. Bleh. Da ist ein Schlüssel. Oh. Oh. Ich war schnell genug. Yes. Hatten wir noch nicht. Das ist total egal. Wär's auch so, aber dann wär's nicht mehr lustig. Ups. Hey. Schau mal an. Wer hat das denn offengelassen? Oh. 99 Bomben? Danke vielmals, Freunde. Wuuuhu. Party hard. Party like your fetus. Das klingt falsch. Macht's bitte nicht. Bitte. Party rock is in the fetus tonight. Everybody what? Die sind ja noch am Leben. Die sind ja noch am Leben. Was ist das denn für ein Nonsens? Ich hab das Gefühl, dass diese Bomben nicht so stark sind, wie sie sein sollten. Und es macht mich traurig, das so miterleben zu müssen. Ich weiß nicht genau, was ich für ein Statement dazu abgeben soll. Ja. Sie wurden genervt. Nein. Ich bin traurig. Nicht glücklich. Traurig. Das... The most OP-Item. Aus gutem Grund. Wurde auch aus gutem Grund genervt. Schlecht für alle Spieler, die eine leichte Runde haben wollten. Shit. Das schließt ja mich mit ein. Upsi dupsi. Ich hab nicht genug. Ich glaube, ich muss noch mal ein paar Gegner anfassen. Das klingt falsch. Oh. Sorry. Das wollte ich nicht. Hm. Das sind keine Gegner zum Anfassen. Was nicht heißt, dass da kein Geld für mich rausspringt. Seht ihr? Baboom, Bitches. Baboom. Zack. Wer hat so Gold, du Nutte? Mein Gold. Haha. Dieses große Fragezeichen lächelt mich nämlich an. Ich will's haben. Drei Bomben. Ernsthaft. Alter. Falter. Huh. Aber. Ah, hier unten war es ja stimmt. Jetzt bin ich mal gespannt. There's options. More options. Was bedeutet das? Äh. More options? Nö, das bedeutet es nicht. Was ist hier more options? Kann mir das einer sagen? Wenn ja, in die Kommentare abonnieren und Daumen hoch. Die letzten zwei war schamlos Werbung. Sorry. Oh mein Gott, sind die Bomben schwach. Ah. Au. Au. Ich hab ne Bombe gelegt. Es ist immer noch Madness. Aber. Keine effektive mehr. Ah, okay. Wir sind am schwächeln. Dr. Fetus ist am schwächeln. Und er war mein großes Vorbild. Oh. 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 Oh mein Gott, wie geil. Ah. Ich liebe mehr Optionen. Ich hab sehr gerne mehr Optionen. Wups. Hab ich die Rage-Down-Pelle geholt. Oh. Wow. Das ist, ähm. Oh, yes. Die Bomben machen endlich Schaden. Oh. Ha. 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 Mehr Optionen find ich gut. Mehr Optionen find ich sehr gut. Oh yeah. Mehr Optionen. Oh, mein Hals. Geil. Geil. Ich möchte mein ganzes Leben lang mehr Optionen haben. Oh oh. Oh. Kleiner Schlingel. Jo. Ähm. Bitte zielen. Das muss ich auf jeden Fall noch üben, du. Ah. Shit. Ha. Okay. Yep. That's how I roll. Ähm. Aber zum einen. Wir sind minimal stärker. Zum anderen. Wir sind stärker. Aber minimal. Ich weiß noch nicht. Ähm. Wir spielen wenigstens schon mal ein paar. Zumal die wichtigeren Gegner zu one-hitten. Nein. Oh. Ich hätte meinen Midas-Touch einsetzen können. Welch Schande. Hey. Schön, dass das geklappt hat. Ah. Ja. Nein. Da ist schon her. Und weg. Sauerei. Two of Diamonds. Was mit dem Midas-Touch, äh, ja gar nicht mal so schlecht ist. So, was haben wir hier unten. Gebt alles weg, um an euch Arschlöscher zu kommen. I'm gonna find you. And I'm gonna kill you. What? Haha. Wahaha. Ah, ah, ah. Was? Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ach. Tears up. Oh. Ja, ich hab keinen Schlüssel. Ich kann so aggressiv sein und spielen und alles, wie ich will. Wenn ich keinen Schlüssel hab, gehört's nix. Kann ich noch nicht mal in den Shop. Oh, nicht mal da hin. Ich hab dich gemieders-toucht. Ja, dass der überlebt, find ich schon um einiges realistischer. Ach, ein Schlüssel. Ich will meine Optionen ausnutzen. Kling, kling. Zwinker, zwinker. Mann. Upa. Ach, verdammt. Okay. Ups, das war der Falsche. Au. Ich hab ne Idee. Nein, es wird mir nicht gefallen. Komm schon. Jetzt lass mich hier nicht hängen. Oh. Ich will sie mich ver- Oh mein Gott. Ficken. Böses F-Wort. Ach, scheiße. Plan B. Oh, cool. Child's Heart. Schluck die Bombe. Nicht dran vorbei. Eieieieieieieiei. Cool. Es hat ne schwächere Bombe. Hier oben. Ah. Oh, cool. Da komm. Ja, Doppelbombe! Ah! Und... Shit! Bist gar nicht cool. Oh, oh, oh. Oh, fuck! Ah, ja. Oh, scheiße! Oh, scheiße! Wir haben ein Herz. Dein Ernst? Es lief so gut bis jetzt und jetzt haben wir ein Herz. Du willst mich doch flaxen. Alter, du willst mich verarschen. Sag mir, dass du mich verarschen willst. Ein gottverdammtes Herz. Nicht cool, bro. Nicht cool. Okay, ähm, liebes Taggebuch. Heute ist mir aufgefallen, dass Lazarus seiner Fähigkeit schweiße ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich... Ich bin ein Idiot. Oh! Das habe ich gerade nicht wirklich gemacht. Nein! Ah, fuck. Ich will mehr Optionen. Verdammt! 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 Okay. Ich habe es versaut schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Mein Name ist der Wegmann. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das heißt... Mit mir, der Wegmann! Und... Das ist echt scheiße. Was ist los? Gott! Bis dann! Tschau! Tschau! Tschau!